Grüß euch Leute, ich wollte auf jeden Fall nochmal ein Video machen zu dem Trickster Update, das ist ja in letzter Zeit das Signifikanteste, was so passiert ist. Ja, mir gehen so ein bisschen die Ideen aus, ich fühle mich irgendwie blöd, wenn ich einfach nur so normal spiele, auch wenn das wahrscheinlich dann früher oder später wieder drauf hinauslaufen wird. Aber, jo, hier bin ich. Die ist im Schrank, ne? Arschgeile Nummer. Ich nehme das jetzt hier irgendwie zum dritten Mal oder so auf, weil, ja, ich könnte das immer nicht so gut zusammenfassen, ich hoffe diesmal klappt und ich wollte halt auch, dass im Spiel oder in der Runde Dinge passieren, wo ich sagen kann, dass sich das, was ich aussage, untermauert wird. Und ich glaube, wir haben eine ganz gute Map dafür erwischt, ja. Das ist eh so eine Sache, ne? Trickster ist nach wie vor relativ Map-abhängig, aber da komme ich vielleicht später noch dazu. Schade, dass ich da nicht mehr hin bin. Hi, Jake. Warte, können wir ihn tricken? Können wir ihn trickstern? Ne, er hat ja... Ja, da war ich ein bisschen zu schnell. Okay, ich glaube, er hat fast runtergejumpt. Vielleicht hat er mich gesehen, ja, mein rotes Haupthaar, was ich ja auch im Skin habe. Ähm, genau. Also, Trickster wurde ja gebufft und genervt gleichzeitig. Overall, es ist, würde ich sagen, einfach buff. Ich werde jetzt nicht auf jedes einzelne Add-on oder sowas eingehen, das ist halt Quatsch. Aber, das könnt ihr euch selber durchlesen. Ja, um mal auf die wichtigsten Aspekte zu sprechen zu kommen. Die Survivor brauchen jetzt weniger Messer in ihrem Rücken, um down zu gehen. Was halt prinzipiell einfach eine super Sache ist. Schade. Dann, Main Event hat jetzt eine viel längere Aktivierungszeit. Also man, äh, ja, kann sich das... Ich weiß nicht, wie lange das ist, 30 Sekunden, 35 Sekunden oder so aufsparen. Das ist halt wirklich signifikant länger, wie man die Möglichkeit hat, das zu aktivieren oder es halt sein zu lassen. Macht es natürlich trotzdem noch extrem situativ. Aber, oh mein Gott, Alter. Der Treffsichere wird er auch genannt. Ja. Ähm, genau. Und, äh, die, ich sag mal, die Aufladung, ne, wenn er quasi seine Messer so hoch schwingt, um, äh, bis er dann anfängt, ähm, Staccato zu werfen. Das ist jetzt auch von... Das ist jetzt mehr als die Hälfte, glaub ich, reduziert worden. Das ist jetzt irgendwie... Ja, ich glaube, 1,5 Sekunden hat es gedauert, jetzt bloß noch eine halbe Sekunde. Dann schmeißt er los, Alter. Und dann geht das voran, hier im Maschinengewehrmodus. Ähm, genau. Also, man kann sagen, offensichtlich, er ist stärker. Er ist besser. Und es fühlt sich auch besser an, mit ihm zu spielen. Weil man sich einfach ein bisschen, ja, mächtiger fühlt, ja. Oder bereiter, Chases zu beginnen. Und nicht so irgendwie so, ich sag mal, so langsam und in gewisser Hinsicht zurückgeblieben. Sie hat, ähm, Dance with me. Das sollte ich mir merken. Da war es zum Beispiel ein Vorteil, wenn sie jetzt nach links oder rechts gejukt wäre, hätte ich sie vielleicht trotzdem noch downen können. Dadurch, dass sie halt einfach, ähm, ein, zwei weniger Messer frisst. Ich weiß nicht, was das für ein Mufa, Jake, aber, äh, alright. Du, der Plan wird noch aufgehen, Leute. Es beginnt alles gerade zusammenzukommen. Ich werde gleich meinen Ohren nicht trauen, in meinen Augen. Passt mal auf, passt mal auf, gleich geht's los. Ja. Noch ist er nicht am Zenit seiner Power. Wartet's mal ab. Das ist, das ist enorm awesome. Das ist sehr freundlich für euch. Der hat keine Toolbox. Er kann nicht mehr sabotieren. Mit Saboteur hast du den Cooldown, auch wenn du es nicht schaffst. Du kannst bloß einmal blockieren. Du bist nur die wenigsten. Ähm, ja. Und während ich aber sage, dass Trickster sich besser anfühlt, oder, also gilt das vor allem für, halt, meine Killer-Seite in diesem Fall. Als der Spieler ist das natürlich nice, stärker zu sein. Ist halt klar. Und ich meine, Trickster, da sind sich auch viele einig. Ist einfach ein spaßiger Killer. Das Problem ist, oft ist es halt so, oh mein Gott, das war smooth. Oft ist es halt so, dass, äh, das nicht unbedingt für die Gegenseite auch fehlt, ja. Ähm, es gibt einige Killer, die bedienen beide Sachen, aber... Calm-Spirit-Gamer. Es ist halt selten. Und es ist halt auch wirklich schwierig zu machen. Aber, äh, gegen den Trickster-Spielen ist somit irgendwie so ein bisschen einer der ätzendsten Sachen. Es ging noch, also für mich zumindest, ich spreche jetzt nur aus, das ist meine persönliche Meinung mit Überzeugung. Das kann man natürlich auch sehr gerne anders sehen. Aber, schaut euch mal hier, schaut euch mal das hier an. Dieser Loop, mit diesen Strukturen, den hast du auf McMillian, den hast du auf Azeroth, den hast du auf, äh... Ich, ich, ich glaube, Jamaoka gibt's auch so niedrige Sachen, teilweise, ich bin mir da gerade nicht so sicher. Aber auf diesen Maps, ähm, was will sie machen? Und das ist halt auch der Grund, wo der Spaßfaktor auf der Survivor-Seite flöten geht. Und das muss man einfach auch irgendwie beachten, weil am Ende des Tages braucht der Killer vier Survivor. Also vier Leute müssen Survivor spielen wollen, damit der Killer überhaupt ein Spiel hat. Also ist das halt natürlich echt wichtig. Du spielst halt einfach ein Spiel, ähm, dafür, dass es Spaß macht. So, also, scheiß mal aufs Balancing, scheiß mal auf die Stärke. Am Ende des Tages ist es wichtig, dass der Fun macht. Und das, glaube ich, geht bei diesem Update eher in eine sehr negative Richtung. Ähm, nämlich beim Wort, ich glaube, wenn der so live geht, in dieser Stärke, dauert's zwei Wochen, bis alle den Trickster hassen wie die Pest. Und da bin ich auch, glaube ich, nicht der Einzige, der so denkt. Weil er ist halt so erdrückend an bestimmten Loops. Klar. Ist es natürlich so, dass, äh, er ist langsam. Er braucht eine Weile, um die Leute zu downen. Aber das spielt im Endeffekt keine Rolle, wenn er die Downs garantieren kann. Gerade an bestimmten Strukturen. Und du hast ja nicht immer alles am Start. Und der Survivor kann nicht wirklich was dagegen tun. Ist ein bisschen so, äh, ja, es ist schon anders als Pyramid Head, aber das war extrem unnötig. Aber ich habe trotzdem, ähm, trotzdem einen Perk hier. Sehr gut, jetzt weiß ich, dass jemand hier ist. Just in time. Ja, ich, ich finde das einfach eine ungute Sache, wie sich das irgendwie, äh, entwickelt. Und das, ähm, ich muss sagen, bei allem Respekt so, aber ich glaube, die Entwickler verstehen nicht ganz, was das Problem ist mit Trickster. Und das ist halt eine Sache davon. Weil, ähm, jetzt ist es natürlich auch so, und das ist der Nerf für Trickster, dass die Messer sich schneller zurücksetzen. Das heißt, du hast eine viel kürzere Dauer, wo du sozusagen, wo die Survivor Distanz kriegen müssen, bis dein Fortschritt zunichte gemacht wird. Ja, wo, wo, wo will sie hin? Was, was, was soll sie halt effektiv tun? Hätte ich sie einmal geschlagen, hätte ich sie jetzt nicht so schnell down gehabt, by the way. Glaube ich zumindest. Ähm, was natürlich dazu führt, dass du einen Survivor weg tunneln musst. Das heißt, weil, wenn er Survivors uns Distanz gibt, dann, zehn Sekunden später, ist dein kompletter Fortschritt, alle Messer, die du in ihn reingeballert hast, es sei denn, du hast ihn verletzt natürlich, ist, ist halt weg. Das heißt, du musst Downs oder Verletzungen garantieren. Und, ja, das ist jetzt nicht unbedingt das Problem, ne? Du willst ja auch Fortschritt machen, du willst ja auch Leute downen. Aber, äh, am Ende des Tages ist das, was, äh, ich, ich sag mal, Trickster valider machen würde. Auch für, für High Rings, und verstehe mich nicht falsch, äh, nicht jeder Killer muss stark sein. Aber dieser Frustfaktor, der gilt jetzt auch nicht nur für die Survivor, sondern auch für, für die Killerseite. Weil, du hast effektiv nichts davon, wenn du mehrere Survivor auf einer Stelle erwischst, weil du kannst dich nur auf einen konzentrieren. Wenn du mehrere Messer in mehrere Survivor schmeißt, dann nützt dir das am Ende des Tages überhaupt nichts, wenn du keine, wenn du sie nicht verletzt. Live, oh mein Gott. Live und dance with me. Ich hab keinen fucking Plan, wo sie ist. Ich glaube, das war ein Perk. Ich glaube nicht, dass sie in den Schrank ist. Oh mein Gott, dieser Perk, Alter. Heftig. Ich seh niemanden rauslaufen. Ja, das, das, das war klar. Whatever, das hat sie sehr gut gemacht. Dr. Pepper einfach. Ähm, ja, das heißt, ähm, anstatt, also ich, meiner Meinung nach, hätte diese Seite vom Trickster gebufft, dass sich Messer irgendwie gar nicht zurücksetzen, dass du Chance hast gegen Gruppen. Weil jetzt ist halt sein 1 gegen 1 noch stärker und noch erdrückender, aber das 1 gegen 4 im Endeffekt mehr oder weniger schwächer. Das heißt, sie haben seine Effektivität im 1 zu 1 gesteigert auf Kosten seiner Overall Performance. Und dadurch, dass er also mapabhängig ist, ist das halt okay, weil auf, äh, bestimmten Karten wie Indoor Maps, da scheißt er halt einfach rein, während er auf anderen Karten wie Azarov, ähm, die Leute links und rechts downed, sodass sie halt kaum irgendwie eine Chance haben, dem zu entgehen. Und das Einzige, was sie machen können, ist Distanz kriegen und die Entwickler sind dabei, so viele Killer in letzter Zeit rauszubringen, Nemesis, Pyramid Head, eben auch Trickster, wo der einzige Counterplay ist, du schmeißt Dinge zwischen dich und dem Killer. Und, ähm, ja, jetzt bleibt sie hier, jetzt hat sie wieder, jetzt downe ich sie früher oder später. So, das hätte ich halt nicht erwischt. Und das ist halt so, für beide Seiten, glaube ich, die langweiligste Kackscheiße, die ich mir vorstellen kann. Aber per Design geht's halt nicht anders, weil du hast keine Interaktionsmöglichkeit an Loops irgendwie wie diesen. Du kannst es nicht ausspielen. Und gleichzeitig bleibt der Trickster halt, ich sag mal, eine Huntress, mehr oder weniger, die weniger bestraft wird für, für Fehler. Ich hab 85.000 Messer, gut, ich hab das jetzt auch mit Addons noch ein bisschen gebufft, ja, aber ich wollte halt keine anderen Addons nehmen, die irgendwas anderes, oh mein Gott, verstärken, um einfach mal zu zeigen, wie jetzt so mehr oder weniger sein Base-Kit ist. Äh, ich werde nicht bestraft fürs Fehlen, also fürs Verfehlen. Und, äh, mein Cooldown ist nicht so lang, um Messer aufzuheben, wie bei der Huntress, wenn sie ihre Hatchet, ich sag mal, anvisiert. Ja, und, äh, ich glaube auch nicht, wenn ich das wegstecke so lang. Das heißt, ich bin quasi eine Huntress, die viel weniger Skill braucht, weil ich einfach alles, was die Huntress sozusagen ausgleicht, ist bei mir einfach besser. Oh, shit. Da wär ich mal zurückgegangen. Ich hab mich gefragt, ob, äh, Main Event nochmal sinnvoll ist, aber... Ja, da sieht man, es ist halt trotzdem sehr situativ. Das ist halt auch in Ordnung. Ähm, mit dem Change komm ich klar. Ja, aber wie gesagt halt, keine Ahnung, ich hätte eher lieber sein 1 gegen 1 nicht gebufft und dafür sein, ja, sein 1 gegen 1 nicht gebufft und dafür sein 1 gegen 4. So, ein bisschen. Dass du halt Druck hast auf die Gruppe. Und ich, ich weiß auch nicht, wie man's hätte, schade, wie man's hätte anders machen können. Ich find, die haben halt so einen Sweetspot mit der Huntress, was das Balancing angeht. Und alles, was ich mir vorstellen könnte, wär halt im Endeffekt bloß, ihn zu machen wie eine Huntress, aber... Das ist das Problem, die sollten einfach keine Range-Killer mehr machen. Die, die, die fucken das immer ab. Es gibt nichts Besseres, glaub ich, als wie, wie sie Huntress gemacht haben. Jetzt mal von den Truck-Hitboxen oder sowas abgesehen. Ich hebe ihn nochmal auf, um Wert aus meinem Perk zu kriegen. Ist an keinem Gen. Ah, das ist halt einfach das, was mich nervt. Ich glaub, früher oder später, klar, Trickster macht Spaß als, als Spieler. Oh Gott. Aber als Gegenspieler ist es halt kacke und... Ich sag mal, wenn so viele Killer so sind, manche sehen das mit Nemesis so, viele sehen das mit Pyramid Head so... Es, es ist, es ist ärgerlich. Es macht halt das Spiel auch für alle irgendwie nicht besser, sag ich mal. Ja, und deswegen bin ich damit nicht wirklich, äh, zufrieden. Das kommt natürlich aus einer Perspektive aus... Trickster interessiert mich nicht wirklich. Ich will lieber irgendwie Huntress lernen. Das ist für mich irgendwie... Das ist für mich tatsächlich irgendwie spaßiger. So. Wenn ich treffe, ist das... Da hab ich das Gefühl... Es ist lohnender. Wisst ihr, was ich mein? Ich hab mehr was geschafft, als wenn ich mit Trickster jemanden verletze. Weil das ist so... Ja. Ich hoffe, ich konnte das gut zusammenfassen. Ich schätze mal, jetzt bin ich relativ damit zufrieden, aber... Ich glaube, meine Punkte sind klar. Das kann man auch gerne anders sehen, aber... Ja, wie gesagt... Es ist definitiv ein Buff. Ist gut für den Killer. Aber es ist halt ein Slap ins Gesicht für den... Für den Fun-Faktor. Und er ist halt immer noch... Ich mach das gleiche mit dem Perk. Und er ist halt immer auch noch nicht irgendwie... Dadurch so krass valide, dass man sagen kann... Okay. Gegen sehr, sehr... Konfidente Teams... Nimm es mit Trickster auf. So. Das ist halt irgendwie... Nee. Weil dann hast du halt ne... Ich sag mal Coldwind Farm Map oder irgendeine Indoor Map. Und dann guckst du schon wieder doof aus dem Schlipper. Weil du an Jungle Gyms mit Trickster nicht wirklich was machen kannst. Weil damit bist du halt einfach zu langsam, ne? Weil wenn du ein Messer triffst, schön und gut für dich. Aber Huntress, die... Vielleicht war er hier. Ich such mal die Hatch. Huntress, die verletzt. Er macht ein Messer rein und... Ja. Mach mal noch fünf weitere und dann hast du was geschafft. Aber das ist halt... Geht halt manchmal nicht. Ich glaube, effizient ist es halt einfach auf seine Messer zu scheißen. Und sie zu schlagen, wo es halt geht. Und nur wirklich, wenn sie... Ich sag mal, im offenen Feld stehen. Oder in irgendeiner Animation feststecken. Wie Paletten droppen oder worten. Das ist bestimmt die Hatch, ne? Ja. Ja, dann das zu benutzen. Aber ich hab das auch noch nicht rausgeführt. Dafür hab ich auch zu wenig Trickster gespielt. Das ist einfach bloß auch mein Eindruck. Es kann sein, dass ich hier auch ein bisschen auf dem falschen Pfad bin. Aber ich schnappe gerne eure Meinung dazu. Äh, was kriegst du von meinem Trickster? Ist schon gut. Ja, ist halt offensichtlich gut. Aber das ist halt immer... Oder besser. Aber es ist halt immer zu einfach. Sag ich mal. Wir haben über dich gesprochen. Das war vorhin echt... Äh... Das war echt Hashtag, Alter. Ja, ja. I agree. Ich hätte nur Clue, du warst da. Ja, wie gesagt. Ich hab schon ein paar Games hier gespielt. Grüß euch. Sorry wegen Disconnect. Ja, das war halt echt unnötig, ne? Halt so... Ja, ich disconnecte, weil... Fuck you. Oh, es ist Zeph. Sorry. Das ist halt immer so ein... So ein Ding, wo irgendwie... Äh... Ja. Whatever. Whatever. GG. GG. Wir... Wir gehen weiter. Ist ja jetzt auch egal. Wäre, glaub ich, eh tot gewesen. Keine Ahnung. Viel Glück next game. Yo. Äh... Dankeschön fürs Zuschauen, Leute. Lasst mal eure Meinung gerne unten drin. Und, äh... Bis zum nächsten Mal.